Jungs, letztes Minute von uns. Erster Austrittsieg. Wir haben euch beide hier zusammen gemacht. 90.3. Letzte Minute läuft. Marc, du machst einen gefühlt 55 Meter Rückpass. Markus muss raus. Was sagst du dir bei dir dann? Ja, unser Torwart kann so welche Bälle einfach. Nein, war natürlich ein Scheißball von mir. Ich kann mich auf jeden Fall bedanken, dass er da so rausgekommen ist, alles riskiert hat und den Dreier noch gerettet hat. Aber wir müssen vorher auch schon viel klüger spielen. Trotzdem, danke an Markus auf jeden Fall. Markus, wie hast du die Szene erlebt? Erst mit dem Kopf geklärt, dann mit einer Grätsche, so zwei Meter vom Mittelrein. Ich weiß ja, dass ich immer ein paar Ideen hatte. Manchmal zurück und sogar die Rückbälle flattern bei ihm. Und es ist sehr gut gegangen. Wie groß ist die Erleichterung jetzt, dass jetzt am letzten Spieltag der Hinrunde mit dem ersten Haustritt sich geklöpft hat? Ja, brutale Erleichterung auf jeden Fall. Ich denke, wir hatten schon viel früher mal, oder die Zeit war viel früher eigentlich rumgekommen, dass wir mal auswärts punkten oder vor allem dreifach punkten. Und ja, es war einfach jetzt schön, auch nach dem Rückstand der Halbzeit, dass wir uns nochmal richtig heiß gemacht in der Kabine haben und gesagt, es kann einfach nicht so weitergehen. Und ich denke, da hat man gesehen, in der zweiten Mannschaft was aus der Truppe rauszuholen. Das ist auch, wenn man zurückliegt, auch auswärts. Und ich denke trotzdem, im Nachhinein auf jeden Fall auch ein verdienter Auswärtssieg, weil wir sehr viel investiert haben. Gut, dann danke euch mal. .